und mich wieder und wieder und wieder auf die Beine gekämpft habe. Und es war nicht leicht, es war verdammt schwer, nichts zu spüren ab dem Bauchnabel und jeden Tag versuchen, einfach nur zu stehen, stehen zu können. Und man ist umgefallen und wieder aufgestanden, als Erwachsener. Und wieder umgefallen, wieder hingefallen und wieder aufgestanden. Es war hart, verdammt hart. Hallo, ich wollte euch sagen, dass ich mir überlegt habe, ein Experiment zu machen. Und zwar werde ich jetzt ab sofort kein Alkohol mehr trinken und ich werde anfangen zu trainieren. Und ich möchte euch sagen, ich werde es versuchen, erst mal kleine Ziele setzen, ein Monat. Ich werde es versuchen und ich werde es schaffen. Und ich kann euch sagen, von Motivation und Durchhalten kann ich wirklich mitrehen. Nach dem, was ich in meinem Leben erlebt habe und mich wieder und wieder und wieder auf die Beine gekämpft habe. Und es war nicht leicht, es war verdammt schwer, nichts zu spüren ab dem Bauchnabel und jeden Tag versuchen, einfach nur zu stehen, stehen zu können. Und man ist umgefallen und wieder aufgestanden als Erwachsener. Und wieder umgefallen, wieder hingefallen und wieder aufgestanden. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, konnte man stehen. Aber nicht mit Gefühl, man konnte einfach stehen, wie aufstellt. Es war hart. Verdammt hart. Aber ich habe es gemacht, ich habe gekämpft und ich war mir immer sicher, ich kann und möchte nicht aufgeben. Vor allem an einem Punkt, wo man wirklich mal ein Jahr, und das war ich, im Krankenhaus war. Ein Jahr nicht bei den Kindern, ein Jahr nicht bei der Frau, ein Jahr nicht zu Hause. Das ist hart. Man glaubt am Anfang, man schafft nur zwei Wochen. Aber der Körper schafft so viel mehr. Der schafft so viel unglaublich mehr. Was man selber gar nicht glaubt. Man hat solche Kräfte in sich. Und irgendwann ist das Jahr vorbei. Am Anfang glaubt man, man schafft es nicht. Aber auch die Zeit geht vorbei. Und das meine ich mit, dass der Körper so viel Kraft hat, so viele Kräfte, die man gar nicht erahnt und auch nicht rausnimmt. Oder wie soll ich sagen? Die man nicht beansprucht, die man gar nicht, auf die man nicht zugreift. Aber der Körper hat die Ressourcen und die Kräfte. Und ich habe mir überlegt, es ist Alkohol, es ist so eine gefährliche Droge. Und ich trinke wirklich zu oft Alkohol. Ich würde nicht sagen, zu viel, aber zu oft. Für mich persönlich. Und Sport mache ich auch zu wenig. Und ich möchte einfach das Experiment starten, um zu sehen, ob ich dadurch abnehme, was für einen Rollstuhlfahrer schwer ist. Ich möchte versuchen, ob ich dadurch fitter werde, mehr laufen kann, weitere Strecken laufen kann. Und ich weiß, dass meine Frau und meine Kinder auf meiner Seite sein werden, mich unterstützen werden, weil die nämlich genauso glücklich sind, wenn ich weniger im Rollstuhl bin, mehr laufe und aktiver und fitter werde. Oder abnehmen. Die ganze Belastung auf dem Körper wird weniger, je weniger Gewicht man wiegt. Ja. Wichtig ist, man hört es oft, aber das ist wirklich das Wichtigste im Leben. Egal was man erlebt, egal was passiert, so hart es auch sein mag, man darf niemals aufgeben, man darf sich niemals unterkriegen werden. Das ist hart und schwer manchmal und jeder hat sein Päckchen und jeder hat seine Probleme, aber wenn man aufgegeben hat, hat man verloren, bevor man angefangen hat. Bevor man es überhaupt probiert hat. Das ist die letzte, das ist das Schlimmste überhaupt. Und man hat solche schönen Gefühle und solche Belohnungseffekte im Körper, wenn man was schafft, wenn man durchhält und wenn man kämpft, wenn man nicht aufgibt und das erreicht dadurch. Gut, alles klar, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Osterfest. Macht's gut und wir hören uns und ich werde euch updaten regelmäßig. Ab morgen werde ich starten mit Handeltraining und alles, was ich eben kann. Ja, auch wenn es im Rollstuhl ist. Oder nicht alle Übungen werden im Rollstuhl sein, aber so ziemlich fast alle. Oder auf dem Stuhl eben. Also, macht's gut, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.